Und wir können... 2,5 Millionen, da ich durch das Gunrunning-Update heute ganz schön arm geworden bin. Ich habe mir nämlich alles gekauft bis auf den Tampa, den Tampa konnte ich mir nicht mehr kaufen und den Dune-Buggy. Vielleicht kennt ihr jemand von euch einen guten Modder? Oh, schon verkackt. So, okay. Dann zeig auch mal los. Ich habe gerade noch eine... Oh, das ist kaputt gemacht. Nein, keine Ahnung, wo das war. Ah, ne, war eine Mücke. Also, wir hatten heute mit dem Suffix nämlich eine... Ja, ich will jetzt nicht sagen Challenge, oder doch? Doch, schon. Ja, Suffix, erzähl mal, was haben wir uns denn als Ziel gesetzt, oder was haben wir denn gemacht? Ja, also, ich hatte... Also, wir hatten natürlich jetzt vorgenommen, mal, sag ich jetzt mal, eine neue Serie, sag ich jetzt mal so, machen. Und das beinhaltet halt, dass wir eigene Maps bauen. Am besten sogar noch in so einer Zeitvorgabe. Und diese testen wir dann, mit dem jeweiligen dazugehörigen Partner, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dann, dass der dann darüber bewertet. Genau, eigentlich wollten wir eine Timelapse machen, aber ich muss meine dann abbrechen. Suffix, seine war zu lang, und dann darf es mir dann... Ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, vielleicht anderthalb Stunden oder zwei Stunden sogar... Scheiße. Ne Map baut, könnte das für euch langweilig werden, deswegen spielen wir die Map. Ähm, das ist jetzt meine, die von Suffix kommt dann danach, als Map. Ich hab das gewünscht, bin zu weit geflogen. Sag doch, dass man abbremsen muss. Ja, er hat es selber nicht geschafft. Ähm, vorhin beim Testen haben die Speeds nicht funktioniert. Ah! Scheiße. Easy gelandet. Ich denke, echt, das Regel kommt von mir. Easy? Doch nicht? Doch, Leute. Also, irgendwie leckt meine Aufnahmen etwas, aber ich hoffe, man kann's drehen. Also, ja, man kann eigentlich alles für sie erkennen, denn dann ist es nur das Spiel. Und für das Protokoll, wir haben, keine Ahnung, um halb sieben angefangen und fertig waren wir erst um neun. Du, du hast bestimmt den Punkt von unten genommen, oder? Du bist bestimmt unten drunter durchgefahren. Nein, ich hab's genau regelkonform gemacht. Ja. Gucke meine Aufnahme. Also, es kam jetzt längere Zeit nur Rainbow oder jetzt über längere Zeit gar kein Video, lag einfach daran. Und, ähm, ja, grad keine Zeit und Schule, ich will jetzt nicht sagen Probleme, also einfach nur Stress. Und, ähm. Also, ich hab mal jetzt erst Tarte schon durch. Und, es ist ja draußen, es ist ja auch warm. Nein, echt? Also, jetzt grad nicht, aber. Ähm, und deswegen war ich größtenteils nicht da. Da! Deswegen kommt jetzt mal zusammen mit dem Suffix wieder ne Map, oder ne Folge ja gesagt, weil es sind ja unsere Maps. Ähm. Oh, scheiße. Ich wusste... Ja, Opfer. Ähm. Ja, wenn ihr die Map selber spielen wollt, wenn ich dran denke, verlinke ich euch meine Map, Suffix-Map in der Videobeschreibung, wenn ich dann dran denke. Ich hoffe, der Suffix erinnert mich nochmal dran. Wenn man, wenn man das schon sagt, muss man's auch einhalten, ne, also. Ja, okay, dann, dann, dann schreibt's mir nachher nochmal, oder sagen wir da so. Ja, puh. Hey, läuft. Wie ist das denn? Ja, jetzt, ob man da so langsam fahren muss, alter Arschloch. Richtig getrolt hat er uns. Nein, 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 nein. Ah ja, läuft. Ah. So. Wo ist denn der nächste? Oh. Pff. Nein, nein. Nee, ey du Pisser. Ich will dich nicht. Hey, steck nur Hummel. Ja, da unten. Ja, gerettet. Easy. Ah, du Pish. Oh, du Pish, ja. Oh, du, Richtig, Pish, ja. Hast du den Punkt bekommen? Nein. so macht nix meine map ist etwas kürzer geworden aber trotzdem hat noch lange gebraucht aber ich will mich jetzt nicht selber loben aber ich würde denken das ist von einmal web sich bis jetzt erstellt hat die beste hier kann man wie sie tieten ja deswegen habe ich auch die punkte gesetzt und der punkt hier ja okay das sieht man auch nicht jeden tag dass der punkt da komisch ist so drauf ist ja habe ich extra gemacht dass es nicht so ne leute gibt wie du die tieten ja bei ein fischer aber du fischer jetzt habe ich ja ich habe wieder alle sachen ja er hat sich selber in der luft gesprungen das ist ja ich bin einfach nur expert ja ist halt ich halt leben mit dem sporen aber ist ein anti-cheat system wenn ich das ganze jetzt mal wie es auch noch und du fisch ja so und dann dort vorne habe ich mir eigentlich etwas besser vorgestellt wo die bäume sind eigentlich sollten die container so weiter unten sein dass man wenn man zu schnell ist von den containern aussortiert wird was leider nicht so richtig funktioniert ja entschuldigung dass ich gerade copyright musik an hatte ich habe einfach nicht gedacht ja jetzt habe ich bei meiner eigene map auch noch verloren aber nur weil ich bei der spieler den fällen hat und sagt ja 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 dann muss auch keine anlegungswien hinlegen so dann war es das mit meiner map ich hoffe euch hat sie gefallen und dann sehen wir uns in einer sekunde bei der nächsten map und zwar bei suffix seine map wir kommen wieder zu einer weiteren folge ob die die fortsetzung zur anderen folge ich weiß blablabla so jetzt kommt eine und in meinem land dran für die ich auch natürlich sehr hart gearbeitet habe so zwei drei stunden ha 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 und da hinten steht schön suffix dran werbung ich liebe es und flo ja ich liebe es sind in der 1 sie wirst du hier guten namen für die serie habt ihr was ich schon in der letzten runde erwähnt habe wenn diesmal in die kommentare schreiben und die werden wir überlegen ob wir das nehmen schreibt sowohl bei suffix als auch bei mir in die kommentare dass wir uns beide dann vielleicht abstimmen können wenn ähnliche oder sogar gleiche ergebnisse sind und wäre nicht schlecht wenn ihr mich mal abonnieren würde wir haben das letzten zwei nacht gemacht ne? thumbnail haben wir ja schon weil ich will gar nicht drüber reden warum ok red nicht drüber und in die loch, speer, easy, easter nein nein ich hab nicht mal den Punkt ich roll einfach mal die Rampe runter mit meinem Tits meinst du ich? ah kass halt ne ah kass halt ne ramp aber die Nacht ist die Map auch geil nur da sieht man nicht so viel so, 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 jetzt, komm, komm, komm komm, 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 komm ähm, wollte halt mit getütten Fahrzeugen ja, weil es halt einfach geiler aussieht ja, aber mit ungetütten wäre man halt, ähm genau in das Loch reingefallen, in die Röhre, das ist nicht und ja, wie man halt bei uns gesehen hat, da fliegt man bisschen rüber ich hab's easy liegt aber vielleicht auch daran, dass man gar nicht in die Röhre rein soll, sondern eigentlich umdruck egal ich hab's, ich hab's auch mal aus der Röhre raus geschafft und da schaffe ich das jetzt auch hier ja egal also halt bei der dritten Röhre wenn du den Erd, also beim zweiten Sprung, sagen wir mal so, einfach oben auf die Röhre landen, dann hast du easy gewonnen ich werd doch noch aus der Röhre raus machen das schmure hi 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 oh, Plattform aber der Übergang ist auch schön nimm den Test ja, wie cool ey du Pescher nimm den Looping mit ja ich nehm bei dir jeden Scheiß auch mit, also und jetzt so toll jetzt krieg ich's da raus, weil's kaputt ist, oder wie's Auto ja, hui versteht also hier, wo ich jetzt gerade bin, das sieht natürlich wundervoll aus hier richtig cool aber wenn ihr das bei Nacht spielt, also falls ihr die Map überhaupt spielt ja, genau die auch dann wahrscheinlich verlinkt wird ähm ist dann halt das übelst geil hier, weil dann ist der Boden halt schön rot blazert und dann die Reifen haben dann auch noch schöne Beleuchtung easy ich fahr unten ich fahr unten, ich fahr unten, ich fahr unten auch wenn ich die grad nicht kriege ich fahr unten, ich fahr unten, ich fahr unten ich fahr zu weit unten ich brems aber Ja, ich brems ja schon. Kannst du mich überholen? Ja, warum? Dass du das vorne machst, nicht, dass ich das aufkomme? Ja, ich schaffe das eh, hoffe ich. Alright. Hier immer schön umfahren, weil er unsere Kübel. Oh, und da, und da, und da, und da, und da, easy. Wo dahin? Da, also. Er hat's geschafft, first try, sehr schön. So, ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Also in der letzten Runde ist er hier gestorben, irgendwie immer. Und gleich schon wieder. Alle vier Räder. Oh, schade. Uh, uh, uh. Willst du vorfahren, oder soll ich? Ja, fahr du, ich will erstmal die Sache betrachten. Höchst Protokoll, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt, okay. Höchst Protokoll, hier gibt's keinen Punkt. Kann ich mir schon vorstellen. Also, am besten, wenn du hier... Ah, siehst mich? Ja, ja. Ja, dann siehst du ja, dass hier gleich wieder andere ist. Dann bleibt mal da stehen, wo ich grad stand. Dann ist hier halt sogar noch Ballrat dazwischen. Ach, ne, oder? Und ich will den Anlauf nehmen. So. Okay. Hättest du ja nicht einen Punkt dazwischen machen können? Ne. Hier ist der Punkt erst. Ist halt so gemacht, dass man nicht cheaten kann, auch nicht mit Jet. Ah, okay. Also, first try, ne? Deswegen... Alter, ich zeig noch die Clips von der anderen Folge, ne? Suffix, ich hab doch gesagt, ich wollte die Map und alles nochmal neu machen. Ja, ja, ja. Oh. Ich bin... Ich bin dumm. Oh. Ausde. Nein. Schon wieder vorbeigesprungen. Easy. 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 Easy, easy, easy. Ohne Scheiß, ich freu mich, wenn du hier bist. Ja, ich muss erst mal in die Röhre da hinten kommen. Außerdem freu ich mich, wenn du hier bist. Warum? Bleibt's das schwer? Naja. Sagen wir mal so, ich und meine Zuschauer haben was zu lachen. Hoffe ich mal. Enttäusche uns nicht. Ich muss erst mal da hinten in die zweite Röhre reinkommen. Wie schaffe ich das am besten? Indem du dich fallen lässt. Nein, da fliege ich immer dran vorbei. Halt's auf. Also, ich hab mich fallen gelassen. Hä, ne, aber guck mal, wenn ich... Ich kann nicht gucken, ich bin schon bummed. Oh, der geht im großen schwarzen Ding. Ich prall immer ab, ich schaff das nie. Irgendwie sieht das fast aus wie so'n Elefant. Aha. So, rüssel hier so. Ja, bist du? Ne. Das wär' ich stoppen. Wisse, letzte Runde, die ganze Zeit den War Raid hat er verkackt. Also, ich hätt's verkackt dann bei dem. Ich... Ich komm nicht in die hintere Röhre. Ne. Ne. Also, mit Geschwindigkeit kannst du da nicht viel machen. Du musst so langsam wie möglich da... durch... bringen. Aber nicht die Röhre berühren, ne? Nur durchspringen. Naja, ich hab's schon mal geschafft mit der ersten Röhre, ähm, zu berühren. Aber das war auch nur Lack. Da kann ich schon mal hier ein bisschen meine Waffen zeigen, so. Ganz cool. All diese Quali, so geil. Da wir hier auf den Cyber steht, schön bum 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 bum. Ja. Ich schaff das dann, ich... Hä, ich komm doch nicht rein. Äh. Da hab ich jetzt nichts vor. Wunderschön. Wo schließt man die Türen in GTA? Wo schließt man die Türen in GTA? Wo schließt man die Türen in GTA? Mal endlich. Hm. Das Lied ist jetzt zwar... wieder viel zu leise, aber egal. Wer war zu leise? Ich? Ne, das Lied war grad zu leise. Ja. Egal. Okay. Hast du den Punkt echt? Ne, ne, klar. Nein! Guck hier. Sonst wärst du eigentlich hier rausgeflogen, hättest du den Punkt nicht gekriegt. Okay. Ach man. Voll assi. Okay. Juhui! Und dort. So und hier war erst, also wo wir jetzt sind, hier war sonst so eine Spirale runter, aber die hab ich halt nicht geschafft, weil die auch kacke war. Ah ja, mein Sprung, sprung raus gemacht. Jaja, ich hatte, ich hatte bei mir von, wo dann die vielen Plattformen waren, die runter gingen, war eigentlich auch erst eine Spirale runter, aber ich hab das doch nicht hingekriegt mit mehreren. Ähm, mit mehreren, sondern nur mit inner und deswegen... So, warte mal, jetzt muss ich... ... immer mal... Was darf ich? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Wo muss ich denn jetzt reinspringen in die Röhre? In die Röhre. Bye! Bye! Hey, ob ich es schaffe, wieder zu dir hochzukommen? Mal gucken. Das wäre immer richtig lustig. Ey, wo muss ich eigentlich hin? Oh! Ich fahr einfach hier rein. Ja, lol, könnte man schaffen. Oh, wer hat's gedacht? Er hat's immer noch nicht. Komm, 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 komm. Ich schaff das, komm, ich schaff das. Hast du vorhin nicht gemacht, oder nicht? Ah, ne, er ist schon da. Ne, ist er nicht. Ey, bist du über mir? Ja. Hola, Cheetah. Nein, egal, irgendwie schaff man das. Ich bin oben drüber gesprungen mit Fallschirm und in die Röhre reingesprungen. Aber du bist ja. Nein, ich kann ihn nicht. Ah, shit. So, und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Haustel! Mist! Ja, ich bin unten drunter durchgesprungen. Ist das dumm? Ich sag dir noch so, Haustel und ich schaff's selber nicht. Ha, jetzt nochmal Haustel. Ha, ich hab's geschafft, wär jetzt gedacht. Und ich will noch ein paar Sachen überspringen hier. Ich hab einfach mal drei, äh, zwei, drei Plattformen übersprungen. Ja, ich auch. Haustel! Wo muss ich jetzt? Nein! Haustel! Nein, 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 nein. Nein, ich hab's auch nie geklappt. Ganz schaff, äh, ich hab's auch nie geschafft. Ganz knapp, sorry. Ich sag das nie wieder, ne. Ich schaff das nie, wenn ich das sage. Haustel! Ja, sieh's, wenn du's sagst, schaff ich's. Oh, los, los! Sind ja nicht mehr, sind ja nur sechs Punkte. Guck mal, lieg ich bei dir außer vorne auf der Kante. Keine Ahnung, kann sein. Äh, hier ist ne Leiche. Äh, nie, das Blut, sagen wir mal so. Ey, du sah in der Aufnahme halt übelgeil aus, wie ich halt einfach irgendwie auf der Kante... Eliminat. Was ist das denn jetzt? Ne, das ist verkehrt. Ausdeh- Nein! Neeee, Nein! Ich verfluche dieses Board. Ich verfluche dieses Board. Oh... Hehehehe, das ist auf wild. eigentlich hab ich gedacht du fährst von alleine weiter aber ja ich wusste nicht wo es hingeht hast du nicht gesehen ich bin einfach stoer gegen die Wolleut Take it easy so wenn du das schaffst bist du gut weil das vorhin war einfach nix im Gegensatz zu mit dir okay keine Ahnung sag du es mir ah stimmt ja ich habe so einen kleinen Fehler gemacht hier kann man auch gleich sehen hier ich habe die Abfahrt falsch rum gemacht was heißt ab nach unten so wenn du röhre musst du einfach nach unten fahren wenn du es schaffst so da muss ich jetzt so lang glaube ich ja ja wird schon so richtig sein als zehn Minuten Challenge als zehn Minuten Challenge ist es ganz schön knapp ja es sind ja auch nur für die Profis zu Weg hier wie du ein Profi du schaffst ja grad selber nicht ja man tut mir ja leid ich habe ja vorhin ein bisschen auf dich gewartet ne das ist ja allerdings lieb und die letzte Runde bin sogar mehrmals mit dem Mini fahren doch irgendwie die erste Outfahrt nicht boom ja ich bin bei dem allerletzten Wallride oben der dann zur Spirale gegen den habe ich nicht geschafft ja die war kurz vor der Röhre glaube ich ok die Dings ist da und jetzt und wieder runter was in der Röhre einfach nach unten fahren ja oh ja ich fahr die Spirale irgendwie rückwärts so nein nein das kann ja nur mir passieren oder mhm also übrigens muss das mit dem Lecken an den Roxas Servern liegen erst vorhin auch bei Suffix geleckt hat oh shit das ist meine schöne Map das sieht die wunderschöne aus Eigenlob stehend aber Suffix ich muss sagen meine Map ist im Vergleich zu meinen anderen Maps besser gelungen oder? auch wenn du nur kurz hast ja 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 und darum ist was packen dich scheiße jugendlicht natürlich fragst wo ich bin ich bin ganz oben in der Röhre ok und fahr gerade gegen die Wand dreid oh du hast ja eigentlich in Ego in Ego als wenn du die ganze Zeit so ein Looping fährst Ich bin einfach in der Röhre explodiert, wie kann ich das nicht schaffen? Wie ist der? Ich hab's in die Röhre geschafft und dann explodier ich einfach in der Röhre. Ich meine, ist ja nichts Neues, aber... Ja, stimmt. Letzte Runde bis Oligas hat explodiert bei der Röhre. Wenn ich den mal reingeschafft habe. Oh. Oh shit. Oh. Jetzt wird wieder dunkel, jetzt wird es wieder zum Augenkrebs, ey. Sex ging nicht, ich will es aber nicht meinen Abonnenten nicht antun. Eigentlich würde ich jetzt gerne beenden, sonst kriege ich auch noch Augenkrebs. Hast du im Wetter aktuell eingestellt? Äh, ja, bestimmt. Okay, was jetzt? Warum? Warum? Oh, soll es regnen? Ne, weil es dunkel wird. Und vorhin hell war, wo wir gestoppt haben. Aha, wenn du man es einstellt, dann bleibt es oder was? Ja, wenn du, ähm, wenn du... ...appell oder tag einstellst, bleibst es Tag. Okay. Oh, wie fahr ich denn? Jetzt, Todespeed, auch. Oh, wie fahr ich denn? Hm. Wie so ein Floh. Hm. Ah. Shit. Wie viel schwer hat das Ding? Hallo, ich glaube, ich steig. Hallo. Gut für nichts. Und ich sterbe gleich, instale. Und... Ach so, ja, ich wollte aufsteigen, dann fräst. Leute, ich bin einfach bei der Röhre nicht. Ich war nicht so weit unten und deswegen bin ich wieder den Wallride gefahren. Also von der Röhre auf den Wallride geknallt. Oh. So wie ist er, wenn man irgendwie mit einem Teilschirm durch so eine Röhre durchfliegt und die Hindernisse da macht, ne? Ja, das versucht gerade. Und ich wüsste ich. Und, und, und. Ja! Ja! Easy! 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 Aua. Oh, lol. Wie kann ich denn noch sterben? Die aktuelle... Oh. Ich wüsste. Ich wüsste. Ich wüsste. Ich wüsste. Du bist. Okay. Ja! Ich wüsste. Ich wüsste. Dann. Du bist. Shit. Ich wüsste. Truth zu. Ihr paar. Ich wüsste. Ich wüsste. Drie! De оказ Trust. da war gerade ein auto wer ist jetzt runter oder hoch ich fahre jetzt runter okay ich bin mit drunter alter ist es hell ich fahre einfach mal rückwärts jetzt nein 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 das ist jetzt komplett raus ja wo ist jetzt der punkt was nein du sollst in der röhre unten bleiben weil ich habe doch gesagt vorhin oder ja irgendwann hast du gesagt ich soll runterfahren in der röhre ja du sollst aber unten bleiben und dann ja und dann kannst du links drehen also dass du den hoch fährst die röhre und dann links lang entgegen den uhrzeiger sind und dann kannst du oben den punkt kriegen das heißt ich kann auch einfach in der röhre einfach hochfahren oder wie ja dann musst du ja twisten da wo du mit war right drin fährst die erste röhre da muss nach oben aber weil ich das falsch gebaut habe ist das auf die falsche seite die ausfahrt deswegen muss man da unten und die die richtung witzel neufig werden Oh, bin ich jetzt so schlechtes Ding zu machen? Soll ich beenden? Nee, warte. Oh. Und? Merkst du? Oder fährst du immer noch weiter? Bist du ganz oben, oder was? Ja, ja. Ja, da. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Du bist gerade der Einfahrt vorbeifahren, ne? Oder Ausfahrt. Also muss ich jetzt... Äh, wie muss ich da jetzt hochfahren, wenn ich unten drüber stehe? Warte mal, muss ich hochkommen? Also links lang, also im Gegend den Uhrzeiger sind. Ich muss aber aufpassen, dass... auf die andere Ausfahrt, ne? Dass du die da nicht mit willst. Oh, ich bin verkackt. Nur nochmal runter. War bei mir auch erst mal. Also, ich glaube, ich so ruhig muss. Ah, scheiße. Nein, nein, jetzt bin ich oben bei dem Warlord rausgesprungen. Nee, jetzt bin ich wieder ganz unten. Dir fault dran. Das ist, na ja, jetzt bin ich heute gehört. Wie ist das? Ich bin die letzte Mal. Wie ist das? Und ich bin mit dem Was ist der Zhang Zinn? Das ist der Fall. Dies ist der Fall, dann nicht mein Wimmer und den Schafe unterschätzen. Für mich bist duлен. Es ist das Tag. Wer und dann Es ist zu ruhig. So, jetzt nochmal. Mal gucken, was raus ist. Und jetzt? Alter, ich hab grade so Kamera und so, ne? Müssen wir den Wallride wieder fahren oder wie? Ja. Nach ganz unten oder wie? Ja. für den Scheiß jetzt wenden war klar aber fast 30 Minuten für deine Mappen, ne? Ja, du! Manche andere nicht sogar meine Testzeit habe ich die schon halb jetzt die Zeit von jetzt muss ich da irgendwas beachten oder einfach nur nach unten rausfallen? nur, ja, kann es einfach auffallen eigentlich aus der so, aber da ist es ausgeglichen jetzt gibt es einfach Dislike einfach nur Dislike, weil er einfach vollgefahren ist, ne? und weil er scheiß Zaun ist ich meine, jetzt ist es ausgeglichen Sarfix hat bei meiner Mapp beendet und ich habe bei seiner Mapp beendet eigentlich hast du gesagt beendet, wenn gewonnen, dann bist du tot nein, schade das war es dann für die heutige Folge, ich hoffe euch hat es gefallen die Mapps verlinke ich euch, wenn ich natürlich dran denke unten in der Videobeschreibung sowohl meine als auch die von Suffix und ja, schaut auf jeden Fall auch bei dem Savix vorbei, Link zu ihm, der befindet sich auf jeden Fall in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, reingehauen bis zum nächsten Mal, ciao, ciao und hat der Suffix noch was zu sagen? so, und natürlich will ich auch noch noch ein bisschen Support für meinen Kumpel geben abonniert natürlich auch noch CecilXD, der macht Videos so wie ja, er macht halt LoL Videos also League of Legends und ist jetzt ein neues Projekt dran, Crossout und check den mal ab und ja denn ja wäre mal nicht schlecht Like Kommentar da lassen Abo nicht unbedingt ist aber kostenlos also kein anderes mit drin in die Miete okay, dann würde ich sagen Ciao, ciao Ciao Outro